h Harald Koppelblenden diese Folge hat Kette der Studie einfach nicht angenommen und deshalb ist es so ab für mich schon mal es ist so tragisch und am Ende ist noch mal das aber abkackt und viel Spaß mit dem Video wenn es auch nicht Spaß machen sollte und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal wir spielen heute mal wieder Hardcore mit dem Markbizzer Sohn und Poco von Poco Landen Nio und fast gleich jemand in den Raum reinkommt dann heute haben wir was geplant und zwar sehr sagen wollte ich habe neues Titel weg und ich mach jetzt ähm normal HD also ich mache jetzt um scheiße ich hab das ist nämlich hier was ich erst sagen heute hier Option Ressource Markt das ist nämlich um mal ein ein G-Sharp zu sein wie wir wollen irgendwas das ist richtig geil das Tetschabek das habe ich mir ausgesucht für mal für diese Folge das um ist richtig cool Schreibt man die Kommentare ob es euch gefällt oder auch wir hatten wir vor mit dem Namen Schild vielleicht und ein Pferd zu finden wir hatten nämlich so gesagt Jürgen Schwein wenn wir ein Schwein finden nennen wir wir dann wenn nennen wir das oder wenn wir ein Pferd finden nennen wir das oder wenn wir ein Wolf in dann zählen wir die haben wir haben wir Knochen wir haben irgendwo Knochen gehabt ja äh ne ich hab nur Knochenmehl aber das benutze ich mal eben damit hier mal was wächst soll ich wir wollten auch in dieser Folge Neverpotter machen äh ja was wieviel ähm Absinan haben wir ich baue was dann elf und ähm das reicht fast und ähm äh und du wolltest ja wir bauen es mal hier mhm der Mike der Mike der wollte ja in dieser Folge ein MLG Water machen um er genau die ganz richtig ich hab in der falschen Positionen erbau mit der Abadur ab man ist aber meine Träume ist wesentlich zu tun ja komm ich würde K er wohnt ist sie denn da ist Diamant weil mit uns hier noch einer es ist meine er hat es sein und zwar brauchen wir es eigentlich noch einen er kann so bleiben mit meiner Picke um einen holen Prozent und das war es mal eben schnell macht so ein Mellon ist gewachsen wenn du willst kannst du kannst die Mellon Stücke davon haben aber ich kann ja nicht drauf also ein Joa und wir wollten dann auch noch ein bisschen Level fahren heute der Teele ich habe meine Lohnen oder wir haben so viel Eisen ja denn der Baum der Barbar hier ist die Höhle hier waren wir doch gar nicht und auch hier waren wir schon ja ich nein hier war ich ich war da ja wir beide ja erst mal ich aber wir haben jetzt Sattel wir haben da ein Sattel drin und hier im Bohr wir haben eigentlich zwei aber du hast sie weggeschmissen vielleicht schicken wir sie uns ich war noch nicht wir haben in die Kommentare ob das erlaubt ist wenn wir Namensschilder oder Sattelschilden das ist nicht erlaubt wir haben schon das ist noch Kälber Sassel weiß ich nicht wir sagte ich sagte auch gern vernahm ich habe es zwei wir könnten in den Nenner wir gehen aber noch genug kurz rein und mit Lübschen Wiesel übrigens hat sich vor Prozent Schatten die Kommentare ob wir in einem live stream diesen Boden hier mal endlich im weg machen und daraus um heize Treppen machen dass wenn ich das ist hoch springen müssen oder soll ich es in einer Folge machen will wir schreiten Patrim rein und ich mache meine Wies ab jetzt immer er tat sie immer 20 PS normal HD nicht erst aus 80 ist es ein bisschen zu viel das rechte nicht mehr und ja dann wollen wir mal das Lerner-Potel fertig das hat das Gefühl ist es ist klein ja mach es einfach zuerst einfach jetzt an es lebt nicht ist es zu klein das hier oben ja wir uns fehlen noch zwei sorry kannst du ihn runtergehen uns holen ja mach ich gerne okay ich habe er gehört die Appetix das so dass er selber ein Bestand ja ich hab dir selber eine Verzauber auf Effizienz 1 2 deshalb geht es bei mir so schnell ich habe es jetzt ein bisschen Ecken ganz anders war wenn die Ecken hier überall so anderswo deshalb machen wir das nicht das sieht so hässlich aus und wir wollen wissen dass auch so weiter bauen ist es nicht ich ich hab kein Holz deswegen bei euch ja ob sie die ja ja zwei Stück reichen das war und das war ich hab nur ein das war naja nur ein ja ich kriege die neuen ich habe auch auch hier und hier ist ja richtig also es wäre die aufgefallen Ach, ja. Hier ist direkt überall Lava. Ja, ich hab zwei, Obby. Nice. Komm wieder hoch. Wann willst du denn den, äh, den MLG Water machen? Den wollte ich jetzt machen, ich will nur kurz eben, die das machen. Äh, ja, sorry, dass wir keine Musik haben, aber... Oh, 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 nein, hau einfach ab. Baut ich ein, oder? Und jetzt dauern, der ist dauernd. Es wird gerade nachts, da manche MLG halt, water halt, im nächsten Tag. So, das ist jetzt reichen, aber... Die sind jetzt bei 6 Minuten 30. Oh. Müß mal ein bisschen beeilen. Oh, es wird abends, aber ich hab zwei, Obby. Ich geh noch gleich noch mal runter, zu dir. Weil es gerade abends wird. Ja, zünd es an, zünd es an, schnell, zünd es an. Warte, 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 ich mach, ich mach, ich kann. Äh, stu mal hier schnell, was er sagt, nein. Nein. Warte, ich beeil mich. Zack, nein, nein, ich mach. Ja, ich hab da nichts gemacht. Okay, 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 ist doch nicht, sorry. Warte, ich nicht einsteigen. Okay, 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 okay. Boah, ja. Boah, ja. Ne, bihup. Ach du jetzt? Ihr könnt jetzt ein paar, äh, Dings da rauskommen. Ne? Ihr könnt jetzt ein paar... Ja, sollen wir da jetzt rein? Gehen? Nein. Nur für kurze Zeiten mal so glubschen. In welchen Kopfhörern sind. Also ich geh rein, schuld. Nein, 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 noch nicht. Kommst du? Also ich geh rein. Kommst du? Oh, du bist so blöd. Wenn wir sterben, ne, das ist alles deine Schuld. Okay, Leute, wenn wir jetzt sterben, ist es alles Murphys Schuld. Und wenn das Server abkackt, dann genauso. Äh, ich bin im Leather, ne. Ich so nicht, ich, da wird erstmal Landschaft heruntergeladen. Bei mir, ich bin die ganze Zeit hier drauf, passiert nix. Was ist, wenn wir direkt sterben? Ja, hier wird Landschaft. Alter, die Effekte, Leute. Ich glaub, das tut euch nicht gut, oder? Scheiße. Ich bin einfach vom Server abgekackt, der Server ist abgekackt. Ich bin raus, ich wurde rausgeworfen. Jetzt melde ich mich wieder an, jetzt bin ich drin. Bis es ist noch tiefer, ich bin drin. Ich bin drin. Wir müssen noch tiefer. Wir sind so never. Lass Level fahren, da hinten, hier ist ein Labelsding. Also diese Dinger da. Ich baue das ab. Dafür krieg man richtig. Hä? Ich lege. Ich lege auch. Aber so richtig. Ist das da? Ja, aber es leckt. Ich gehe wieder zurück. Es leckt zu viel. Ich gehe, wir gehen ein anderes mal zum Leather. Da können wir ein bisschen Level fahren. Stimmt. Ja, wir gehen ein anderes mal wieder hin. Oh, das hat gerade so richtig geleckt. Ja, ja, ja. Wir gehen gar nicht mehr in den Never. Nee, später. Nicht jetzt. Jetzt ist abends, wir können ein paar Endermänner suchen. Ja, ich komme mit dir mit. Für die, das ist für das End. Ja, ich meine, falls wir Fächer finden und so. Dann zack, zack. Hast du Essen? Äh, nee, wirklich. Oh, es oft. Ist er irgendwo noch? Ich gehe in der Männernsuche. Okay. Pass auf, nicht sterben. Creeper. Der ist explodiert. Bist du tot? Nein. Aber der, ich habe nicht mehr Schaden bekommen, aber der ist direkt von mir explodiert. Okay. Hä? Aber ich habe keinen Schaden bekommen, weil ich zu weit weg war. Eine weiße Spinne? Eine weiße Spinne, das ist, glaube ich, mein Thatcher-Pack. Und das ist zwei Creeper. Wie macht man das nochmal? Ich will diesen besonderen Stein machen, der so toll aussieht. Ja, die ist ein ganz normaler Nehmer. Oh, ich bin, ich bin, ich bin fast tot, nur vier Herzen. Nein, 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 nein. Komm zurück, komm zurück, komm zurück, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Ich habe nur noch vier Herzen. Komm zurück, bau dich ein, bau dich einfach ein. Ich komme zu dir. Komm zurück oder bau dich ein. Aber bitte riskier einfach nichts. In diesem Projekt darf man nichts riskieren, okay? Ja, ich bin da, ich bin da. Oh Gott, scht. Ich bin fast gestorben. Bau dich ein, bau dich eben ein. Nee, nee, ich bin jetzt wieder fast volle Pulle leben. Okay, ich mache ein bisschen Papier und dann machen wir daraus ein paar Bücher, damit wir daraus Bücherregal machen. Äh, wo ist denn jetzt hier mein, wo ist mein Holz? Wo ist mein Holz? Warum hast du das Schärfe-2-Schwert rausgenommen? Nein. Da war kein Schärfe-2-Schwert drin. Doch. Aua. Du hast es genommen, wetten. Da ist doch ein Schärfe-3. Ja, aber daneben war ein Schärfe-2, das könnt ihr alle bezeugen. Hä? Das stimmt doch gar nicht. Ja, doch. Nein. Doch. Ich hab nix rausgetan. Nee, bloß nicht. Komm, wo... Worüber wollen wir wetten? Wetten, äh, dass ich gleich sterbe? Nein. Dass du es geklaut hast. Nein, ich hab's nicht geklaut. Also, das sieht man eh in meiner Aufnahme. Scheiße. Du kannst aber... Dann tu es wieder zurück. Nein, du... Ja, ja, okay, ich tu es zurück. Hier, hier. Da ist noch besseres drin. Alter, warum hast du es kombiniert? Oh. Es willst du es jetzt ja oder nein? Lass es einfach drin. Ja, okay, dann tu ich das da drin. Ja, dann ist es jetzt da drin. Aber du kannst doch jetzt meins mit den Eien, mit den Schärfe-3 kombinieren. Oh, Zombie, Zombie, Zombie. Hinter dir ist ein Zombie. Hinter dir ist ein Zombie. Oh, Zombie. Und den 10... Oh, ey, wenn du vor mir läufst. Okay. Äh, wie lange ist die Aufnahme schon? Äh, 12 Minuten 30. Okay. Also, ich gehe jetzt auf... Äh, das noch ein Zombie. Ist down. Ja, ich... Ja, hier ist noch ein Creeper. Kein Ding, wir sind so stark genug. Kein Ding für ein King. Ja, ey, wir können nicht sterben, weil wir viel zu stark sind. Wo das mache ich im Später? Äh, warte, warte, was, wie ist es jetzt mit dem Ofen? Okay. Oh, Skelett. Down. Was, was, wie baut man das? Baut man das nicht irgendwie so? Ne, das ist eine Lore. Oh, ich bin beim zweiten Turm. Was ist das für ein zweiten Turm? Den ich gebaut habe. Und hier sind zwei Zombies. Wie macht man denn Trichter? Ja, das kann ich nachgucken. Mein schönen Heftchen. Hä? Oh, ich hießen so viele Zombies. Oh, 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 hier sind so viele Zombies. Nein, hau ab, bau dich ein oder so. Oh, oh, ich hieß ein Extremviel und ich... Ich werde jetzt sterben. Nein, wenn du jetzt stirbst. Oh, ich hieß so viele Zombies. Scheiße. Renn weg, renn weg. Mit so kurz leften und ich gehe kurz ins Bett. Warte. Oh, ich hieß so viele Zombies. Und ich kann mich nicht einmal so... Wow, da kommt der von hinten. Scheiße. Mit so kurz leften und ich gehe ins Bett. Wow, hier sind Spinnen. Warte, 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 ich gehe kurz runter, damit ich mich ins Bett kann, damit du... Das, das noch ein Spinnen. Oh, du musst auch schnell überleben. So lange ich noch nicht hier unten bin. Ich sag dir Bescheid, wenn du leften kannst. Oh, du, 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 du. Oh, ich bin gleich da und ich bin gleich da. Okay, kannst leften, kannst leften. Scheiße, ich, ist so viel lefte. Du kannst es... Lefte einfach. auch ihr habt ihr könnt ihr könnt ihr könnt ihr könnt ihr schlafen okay ich komme drauf hatte noch nicht jetzt hat er auf wo ich weiß dass er sei erlaubt das machen wir aber nur er dreimal das haben schon müssen wird nur zweimal heißt so muss die Situation ja das sind nutzt wie lange nehmen schon auf jetzt 14 minuten 45 Kinder ist um ich war ein paar Seeds abbauen und anpflanzen damit wir ein bisschen Prozent Kekse machen können bei Kekse sind ja und wir brauchen was was richtig viel also wir brauchen eine riesige Weizenfarben für unser Essens Problem das war halt bei euch ist ein paar Prozent Krasse ab soll das jetzt nicht extra extra lange Folge werden warum das Spaß macht ja das gucken die Leute doch nicht schreibt mal in die Kommentare Leute ob wir mal so eine lange Folge machen und die Folge wird es ein bisschen so 23 oder so wir machen die einsteigen doch doch nein wir machen 30 minuten das war's nein das ist ein Creeper oh nein das machen wir nicht oder sexuelliert und er ist noch eine Spinne aber die Frieden ist aber ich will sie trotzdem n nicht ja ich bin da Prozent ich brauche ein bisschen Holz ab oder wir sagen einfach das war das einzige Mal dass wir sowas machen ja das sind das ist scheiße wir wollen nicht direkt sterben wir wollen verheißen das ist st er soll doch kurz kann noch kurz ein Bild machen von um den Männerportal die hier vor dem der Porto ein aber ich habe jetzt auch ich habe ich habe jetzt auch ein kleines Essen Problem die könnten jetzt mal essen jagen gehen ich habe ja um aus Knochen habe ich ja Knochen mehr gemacht ich habe ein Bogen bekommen alles und sie sagt auch können wir dann die siehst schneller wachsen lassen okay spitzert in die Hand Prozent Prozent nein mein Schwerst ich gehe jetzt mal Essen suchen ich brauche mal wieder weiter ja macht du das mal um mit den Sieg sind so alles in um auch heftig Essen kriegen weil Essen ist das Hauptproblem von uns nicht das Sterben oder als Essen nur ein bloß nicht sterben nur ich kann es ganz normal ja das sie gehen mal jeden Tag naja Paar Schufe ich brauche mal eben die ist sie es an wo es nur so da standen hier am besten ja wo am besten ja was denn habe ich keine Schuhe nie schickern an und diese richtig schicken der Köln auf einen Mauer machen weist ja ja ich habe gerade einen Bogen bekommen von uns gelten Heifer Zauber gleich nur was vielleicht aber ich schreibe mich heute haben wie um euch das jetzt zu beckten Welt weil er sich so ist also das ist eigentlich wie das ganz normale also das ganz mal vermeint auch nur etwas anders ja jetzt weiß ich das ist dann nicht so dann soll ich schon ganz anders wer das ist etwas anders so ich finde das ganz cool soll die Kekse machen oder Brot am Anfang Prozent Brot Brot ist an wichtigsten nach dem Brot und Keks nee er ist ein mit einem Brot ich habe auch zwei Weizen was ich brauche noch hier das abbauen weil ich brauche noch ein bisschen Wasser zum Glück haben wir hinten ein Fluss ich trau trappen okay ich hole kurz ein bisschen Wasser nichts machen okay ja ich muss hier das Essen was ich gefunden habe das ist ein Zocker zu Mönchstens das ist ein bisschen was ich kann leider nicht lernen deshalb muss ich mich ein bisschen beeilen das ist auch noch schon jetzt ein neunzehn Minuten dreißig ich habe einen ich habe ich weiß nicht meinen wir besparen das noch von Kuchen und ich habe vier Federn ja er liebten zu haben wir können wir damit noch ein paar Pfeile machen wenn man Eisenschwert ist bei Schrott ich mach mir mal ein Eisensort soll ich als ich brauche noch ein bisschen wasser für mich selbst aber es war so was kann ich ja hier noch ich habe ich habe ich habe jetzt aber noch nicht ich habe jetzt mal hier hoch guck jetzt geht das hoch jetzt habe ich hier aus zu sehen an uns vor Ort habe ich jetzt auch jetzt bräuchern und das Gras gewachsen ich habe das ganze Webster und mal hier nicht gut tun das ganze Webster was ich hab das brauche ich ja eigentlich nicht das ganze Webster und ab ist das sie können ich brauchen die Sagen nicht auch Komponenten so ich habe es 8 Weizen was ich mach mal die Kakao Bohnen mal wieder abbauen wir waren auch mit den Kakao Bohnen für ja ich werde auch untergehen und mal das Gold und Eisenerz was gefunden hat noch und schmelzen noch ein paar Brote vor uns als ich an den oberen Raum machen jeder ist in einem Ofen oder welche zum Zweiten hin auch zwei Brot ich erst das Leben und jetzt wieder mit Wappen Knochenmehl weitermachen zack 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 drei Brote ähr kann sie ausgehen ich gehe einthor es gibt da 2 körper Dann gibt mir zwei Brote. Hier liegt an der Treppe oben. Jaja, ich warte nur, bis das Gold fertig ist. Das Eiselausbruch drehe ich. Da sind nur 40 Stinger drin. Ich habe hier Gold gepflanzt. Also hier reingetan. Jaja, ich hole jetzt hier auch noch das Gold. Jep, das Gold habe ich. Das ist Maragte, kann ich mal eben. Jo, zwei Brote. Und zack, 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 zack. Und zack, drei Brote. Äh, kannst du dir auch was geben? Ich gebe dir zwei. Ich gebe dir zwei. Okay. Dann gibt mir zwei Brote. Hier, liegt an der Treppe. Jep, das Gold habe ich. Also, die Smaragte kann ich mal eben. Jo, zwei Brote. In welcher Folge haben wir nochmal die Smaragte gefunden? In Folge sechs? Nein, nein, in sieben. War nicht. Das ist gar nicht. Aber wo wir verzaubert haben. Meinst du? Ja, glaube schon. Ich tue da jetzt hier auch Gold rein. Ich tue auch jetzt mal... Ich tue da jetzt auch noch ein bisschen Eisen reingetan. Ich tue da jetzt in meinen Knochen rein. Einen einzigen. Schwarzpulver brauche ich nicht. Das tue ich hier mal rein. Weizen tue ich hier mal rein. Wie lange ist die Aufnahme schon? 23 Minuten. Wir brauchen noch richtig viel Gold, weil wir brauchen insgesamt 16 Goldblöcke. Für uns beide einen OP-Apfel für den Endbus. Ja, wir haben aber richtig viel Gold. Ja, wir haben schon fünf Goldblöcke. Das heißt, wir haben bald einen OP-Apfel. Das heißt, wir brauchen jetzt noch drei Blöcke und dann haben wir es. Ja, wie lange ich aufnahme schon? 23,45. Okay, dann würde ich sagen, das war sie für die Folge. Nein, das ist viel zu wenig. Nein, wir machen dann noch eine Folge. Ja, 25 Minuten, mach mal. Ach, komm, ich muss das so lange, muss ich das bearbeiten. Ja, okay, dann... Okay, dann war's jetzt. Ja, war's jetzt mit diesem Video? Ja, und dann, äh, viel Glück und auf Wiedersehen wünscht der Mr. Dinkelbauer. Und Mike, bis zusammen! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020